Wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit zu gucken. So, jetzt. Oder eigentlich ein Lampenfeuerzeug. Wir haben ein Feuerzeug ein bisschen zu spüren. Aber so, wir brauchen bitte alle Handylampen. Und ich gehe mal hinter das Pult hier. Schau mal, also wir hoffen, dass da noch ein bisschen Akku da ist. Mensch, das sieht doch schon richtig, richtig toll aus. Das war ein Song. Das ist ein Schwer. Der Lichter hat hier. Wow. Wir machen hier noch ein schönes Foto von euch zum Direkt runter. Was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt natürlich noch ein Song. Und wir hatten ja Robby Willem schon dabei. Wir hatten die Toten Hosen schon dabei. Und dieses Mal habe ich mich entschieden, ein Song von Silbermoth. Und ich glaube, der ist passend. Und die Hände gehen von rechts nach links. Und wir machen natürlich hier auf der Bühne auch das Licht noch aus. Und ihr seid mit dabei. Hier beim Warnung und der Turm leuchten. Ich bin der Schulstarterin Anna. Anna, ich lege jetzt die gut gewärmte Hand aus der Manteltasche auf unseren Startstock. Wir starten jetzt gemeinsam die Inszenierung. So, kann's losgehen. Wir zählen gemeinsam runter. Von 5 auf 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 9. April 2022. Warnemünde an unserem Leuchtturm. 829 Tage nach dem letzten Turm leuchten. 118 Wochen und 3 Tage ohne euch. Turmleuchter. Herzlich willkommen zum 22. Warnemünder Turm leuchten. Europas spätestes, größtes Neujahrsevent. Vielen Dank an unsere Unterstützer, Medienpartner, Rettungs- und Sicherheitskräfte, Behörden und Ämter. Und natürlich an euch, dem besten Publikum der Welt. Wir hatten 829 traurige Tage. Lasst uns das heute und die Momente hier genießen. zusammen, zusammen, zusammen. Mag sein Freund, richtig. Ja. Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Guck mal, er da oben hat immer noch die Schiffe vom Kiel, der hat immer noch seine Kassenlampen an. Jetzt sind wir eine. Die Söhne und die Schiffe vom Kiel, der hat immer noch die Schiffe vom Kiel. Was ist das? Und so won't I die in time You'll give it back You'll give it back You'll give it back Too much love will kill you Too much love will kill you Oh, thank you, dass das heute so gut ist Huh! Vergesst ihn heute nicht Denn er ist der Anfang der Ewigkeit Wir von morgen werdet wissen Was aus Frieza hier den bringt Unsere Hoffnung ist zerschlissen Und wir haben uns verwirrt, wer wird in tausend Jahren unsere Ängste noch verstehn? Ihr von morgen werdet staunend und wahrer Sehn. Aus Gedanken werden Ziele, aus den Samen wird ein Baum. Und dass einem werden viele Freiheit verschaften sich im Raum. Wir werden tausend Jahre unser Sehn. Ja, es war eine schwere Zeit, die letzte Zeit. Mitmenschen haben uns für immer verlassen und wir konnten uns teilweise gar nicht richtig verabschieden. Aber man liebt zweimal. Das erste Mal in der Wirklichkeit. Das zweite Mal in der Erinnerung. Für Heike, Horst, Jörg und all die anderen. Wir sind zusammen. Immer. Und jetzt alle. Die Schulter, die Schulter, die Schulter, die Schulter, die Schulter. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.